Wunderbar, wir sind zurück, Schwangerschaftswoche 10 und die Sandra strahlt uns alle hinweg. Cool, das freut mich. Schön, dass du wieder da bist. Wir beginnen, alle, die da zuschauen, ganz, ganz herzlich willkommen ebenfalls. Ich hoffe, es gibt viele Nutzen für jeden, der hier zuschaut. Sandra, hast du Fragen? Ja, jetzt bin ich ja noch tiefer im Kursdossier drin und habe auch was gelesen von der Vorstellungskraft und das Freisein. Bei mir ist es so, dass immer noch manchmal mulmige Gefühle hochkommen im Alltag. Wie kann ich die Vorstellungskraft und die mulmigen Gefühle im Alltag umwandeln, sodass ich im Alltag frei bin? Du ahnst es schon und du beantwortest es fast schon. Und das ist auch die Magie vom sanften Geburttraining. Nie bekämpfen. Also, sagst du uns gleich allen, was ist der erste Schritt? Sei frei. Annehmen. Genau. Annehmen, dann wirst du frei, weil dann nichts mehr bekämpft wird. Also, wenn mulmige Gefühle da sind, wenn Gedanken negativer Art da sind, wenn irgendwelche Herausforderungen da sind, was machst du als allererstes, und das merke dir ganz gut, wer auch immer hier ist, annehmen. Ja sagen, akzeptieren. Das heisst nicht, dass du es tolerieren musst, dass das so weitergeht. Das musst du nicht. Aber annehmen musst du alles. Das, was da ist. Und in dem Moment spürst du, ja, ich habe mulmige Gefühle und dann wendest du vielleicht die Stoppschau-Methode an. Stoppschau-Methode heisst, das heisst hinschauen, und wenn mich das nicht aufbaut, nicht stärkt, sind ja meine Gedanken, dann werde ich meinen Fokus auf neue, andere Gedanken lenken. Fertig. Zieh den Stecker raus aus negativen Gedanken. Das ist wie beim Toaster, der kann nur toasten, wenn er eingesteckt ist. Das ist ein gutes Beispiel. Fertig. Und dann zieh doch den Stecker raus, symbolisch den Stecker für negative Gedanken. Und dann hol dir deinen neuen Fokus, das ist Visualisierungskraft. Dann hol dir neue Bilder, schau mit deinen Augen die schönen Dinge an, leg deine Hände auf den Babybauch, nimm zwei, drei tiefe Atemzüge, bring dein Lächeln auf dein Gesicht. Da passiert schon etwas in deinem Gehirn, weil du tiefen atmest, dann wird Endorphin ausgeschüttet, wenn die Lippen nach oben gehen und du lächelst, wird Oxytocin ausgeschüttet, wenn du dich liebevoll berührst, den Bauch streichelst, wird wiederum Endorphin und Oxytocin ausgeschüttet, weil du dich liebevoll berührst, streichelst. Das ist das Kuschelhormon. Also sei liebevoll und achtsam, wo du deine Gedanken hinlängst. Wer ist verantwortlich, was du denkst, Sandra? Ich selbst. Dann tu es. Du hast nur 40 Wochen Zeit und das ist das beste Übungsfeld, weil dein Kind würde dir den ganzen Tag sagen, das Kind ist in meinen Augen der mächtigste und der bedeutungsvollste Auslöser. Ich habe 15 Jahre gebraucht, bis ich das gecheckt habe. Ja, da ist was Wahres dran. Weisst du, wir können alle Auslöser integrieren, den Duft, ein Lächeln, eine Atmungstechnik, eine Berührung, wir können alles einsetzen, ein schönes visuelles Bild, aber du hast eines immer mit dir unterwegs, dein Kind. Und das Kind würde, wenn es dir eine SMS schreiben würde, Sandra, kann es nicht, wenn es dir eine E-Mail schreiben würde, kann es nicht, es würde dir immer nur eines in der Botschaft mitteilen, liebe mich und sei. Wie kommt das noch, dass irgendwann die Babys im Bauch eine Nachricht treiben können? Das tun sie schon, die klingeln die ganze Zeit, die sind in dir, in deinen Gefühlen. Du hast ein Kind und du bist immer in Verbindung, also nimm das wahr, dass dein Kind dir immer als Botschafter sagt, hey, sei cool drauf, Mama, sei glücklich, mach dich locker, sei entspannt, weil mir geht es gut, also schau doch bitte, dass du es dir auch gut gehen lässt und dann habe ich auch mehr davon. Das Kind würde den ganzen Tag sagen, Mama, mach dir die beste Zeit in deiner Schwangerschaft. Atme gut, iss gut, schau gut für dich, mach dir Auszeiten, entspann dich, hör dir tiefe Entspannungen an, alles Mögliche, mach dir positive Bilder, Gedanken, Mama, mach mich glücklich. Verstehst du den Zusammenhang? Ja, das verstehe ich. Und dann ist deine Frage geklärt mit, wie kann ich das verändern, indem du deinen Fokus, deine Aufmerksamkeit und somit deine Energie dahin lenkst, was dir gute Gefühle bringt. Also denk dir positive Gedanken, sieh positive Bilder, fühl positive Gefühle und mach deinem Körper einen Gefallen, mit was es auch immer ist. Und dann fühlst du dich gut, mit Essen, mit Trinken, mit Basenbädern, mit Laufen, Spazieren draussen, Yoga, was es auch immer ist. Bauchtanz. Fröhlich sein, lachen. Genau, Bauchtanz, machst du Bauchtanz. Noch nicht, nee. Vom coolsten, was du machen kannst, als eine Schwanger, ich empfehle es euch allen. Ganz ehrlich. Mal ausprobieren, ja. Schmeiss dir eine gute CD rein, deinen Lieblingssong, mach mal einfach zu Hause, ohne dass dich jemand sieht, dann bist du nämlich hemmungslos, Bauchtanz. Okay. Es gibt ein herausragendes Buch, das kommt mir jetzt in den Sinn, Sandra, wenn du mich fragst, was kann ich da machen, dass diese Glückshormone kommen, wenn ich da ein bisschen mulmige Gefühle habe. Das geht so sagenhaft schnell. Und ich habe mich, das ist eine Lehrmeisterin von mir, von der Doktor Claudia Kroos. Die hat ein Buch geschrieben, Kraft, Resilienztraining heisst das. Und die ist spezialisiert darauf, die hat eine Methodik entwickelt, weil sie ist auch Gehirnforscherin oder neurowissenschaftlich unterwegs als Ärztin, wie man innert wenigen Sekunden in Glückshormone kommen kann. Wenn du so eine Bewegung machst, 20 Sekunden hast du Glückshormone. Wenn du dazu lächelst und Tiefenatmung machst, super, dass du mitmachst, wenn du im Bauch atmest und wieder ausatmest und dich einfach entspannst und loslässt, dann passiert in deinem Gehirn Glückshormonausschüttung. Cool. Wenn du stehen würdest, kann ich jetzt nicht, und deine Arme so schwenkst, hin und her, nach vorne und nach hinten, hast du nach 20 Sekunden Glückshormon. Wenn du so hin und her wippst und lächelst und atmest, reagiert dein Gehirn über die Nervenbahnen, ist alles verknüpft mit Glückshormon. Cool, oder? Mega cool, ja. Wenn du deine Thymusdrüse hier klopfst, hinter dem Brustbein dazu lächelst, Tiefenatmung machst, wird Serotonin ausgeschüttet. Das ist alles wissenschaftlich erforscht, und du musst nichts anderes machen als deine Thymusdrüse hier, die befindet sich hinter dem Brustbein zu klöpfen, tief zu atmen, und dann hast du schon das Zuversichtshormon in dir. Wahnsinn, das mache ich jetzt am Tag. Sie hat das herausgefunden, ich mache das jeden Tag, überall, jede Zeit. Sie hat das herausgefunden, das ist ihre Methodik, wie können wir nur über die körperliche Bewegung, also über den Body, den Mind, so schnell in Glückshormone hineinbekommen. Das ist cool. Machst du 30 bis 50 Mal, ich weiss nicht, das kann nicht jeder, das muss auch nicht klingen, und vielleicht nimmt es jetzt nicht so gut auf, weil das Mikrofon dann da ein bisschen im Weg ist, aber wenn du schnippst, passiert im Gehirn daraus etwas, und du hast Glückshormonausschüttung. Super. Und je mehr du das verknüpfst, diese Auslöser, und das ist das Geheimnis meines ganzen Konzepts, ich gebe euch haufenweise so Verknüpfungen mit, dass dir gar nichts anderes übrig bleibt, als Glückshormonausschüttung zu produzieren. Das ist das, was du gesagt hast, mulmige Gefühle niemals bekämpfen, annehmen, und dann aber die Sichtweise, den Fokus ändern. Und mein Partner könnte jetzt auch die ganzen Übungen machen. Ja, natürlich. Warum fragst du mich die Frage? Weil du hast dann auch etwas davon. Das ist ja die Magie. Warum binde ich den Partner so exzellent ein, der ist, wenn er bei uns hier im Training ist, ich garantiere es jedem Mann, du bist danach schwangerer. Nicht im Körper, das kannst du nicht. Aber in deinem Gefühl, in deinem Einfühlungsvermögen, das kommt dir wieder zugute. Das muss bestätigen, ja. Der Fabian hat sich ja auch den Memme-Bereich für den Mann angeschaut, und er fühlt sich da auch super abgeholt. Und ja, für mich ist dann auch einfach noch die Frage, warum du den Partner so in den Fokus setzt bei deinem Kurs. Genau darum. Weil er ist gleichermassen, gleichberechtigt, ein Elternteil. Das wird in unserer Kultur viel zu wenig vermittelt. Der Mann hat das Gefühl, das wusste ich in meinem Schwangerschaftserlebnis 2005, als die Heidi, meine Partnerin, unseren Felix schwanger hatte in sich, da musste ich mich auch zuerst mal einfühlen und reinleben. Ich hatte noch nie das Glück, Papa zu werden. Und da habe ich mir gedacht, hey, das muss doch mehr da sein, als dass man sich als Mann so als fünftes Rad am Wagen fühlt. Und in einem herkömmlichen Geburtsvorbereitungskurs so ein bisschen einen Abend mit hechelt. Das ist doch Quatsch. Also Entschuldigung, alle Hebammen und wer auch immer hier zuschaut, ich will nichts bewerten, alles wunderbar, alles nutzbringend, aber es ist zu wenig für einen Mann. Und dann geht er nach Hause, gähnt sich einen ab an diesem Abend und sagt sich am Schluss, das sind die Feedbacks von den Männern, eigentlich hätte ich mir das sparen können, mitzukommen. Ja, das haben auch viele Freunde gesagt, die jetzt beim Geburtsvorbereitungskurs, also beim normalen waren, herkömmlich. Genau, und dann ist der Mann im Geburtszimmer und weiss nicht, wie er der Frau eine Unterstützung bieten kann, weil er keine Werkzeuge erhalten hat. Ein Mann braucht einen Werkzeugkasten. So tippen wir. Das ist schön gesagt. Ja, das ist einfach so. Der will dir helfen, der Fabian. Der will für dich und für eure Kinder Unterstützung sein. Und das muss man ihm dann auch abliefern. Und nur so ein bisschen zuschauen, wie die Frau dann hechelt oder dir den Bauch streichelt, das ist schon mal gut. Aber das ist nicht alles, was man kann. Und deshalb habe ich ein eigenes Kurskonstrukt. Ich nenne das Gebären ist auch Männersache. Das ist ein eigener Online-Bereich mit eigenen Audio-Tiefenentspannungen, Videos, da hat der Fabian jetzt ein bisschen reingeschaut. Genau. Da ist eine Unmenge an Werkzeugen dabei, wie er dich in Glücksmomente hineinführen kann. Das ist der Sinn, warum der Partner gleichermassen in meinen Augen vorbereitet sein muss. Dann seid ihr ein exzellentes Team und dann kommt der Rest nur von selber besser. Ja, ich merke auch, dass das Wir-Gefühl sich seit da an auch noch mal gestärkt hat. Super. Deswegen strahlst du die ganze Zeit so. Das ist ja nicht von dir aufgesetzt. Das ist dein Natürlich. Das ist deine Grundeinstellung. Genau. Und die kommt von innen. Und das kann der Mann jeden Augenblick bei dir unterstützend fördern. Das ist doch schön. Das ist wunderschön, ja. Und plötzlich fühlt er, er hat eine Aufgabe, er hat Werkzeuge, er bekommt die wichtige Rolle, dieser Beschützer zu sein, dieser Behüter, dieser, ich kann was tun für Kind und Frau. Das ist dann cool. Und dann wird es auch für den Partner viel, viel interessanter, diese ganze Schwangerschaft hindurch zu leben. Anstelle, wenn es dann da ist, das Kind, dann bin ich dann Papa. Okay. Also als Team geht alles besser. Das ist die kurze Zusammenfassung. Und wenn du da das jetzt als Frau würdest zuschauen, als schwangere Frau, hol deinen Mann und zeig ihm dieses Video, weil ich will Männer ein bisschen durchschütteln. Das ist so wichtig, weil die meisten Männer wissen nicht, wie wichtig sie sein können und sind und wie wertvolle Werkzeuge es gibt, damit du deine Partnerin immer wieder in ihren positivsten Zustand führst. Das heisst bei mir der positive Flow. Das werden wir später noch besprechen. Hast du noch eine Frage? Das habe ich ein bisschen ausführlich geredet, aber war, glaube ich, sehr nutzbringend. Eine Frage habe ich noch. Du empfiehlst dir ab der 10. Schwangerschaftswoche den Kurs zu besuchen. Jetzt war ich schon in der 5. Schwangerschaftswoche dabei. Umso besser. Also es gibt nicht zu früh. Oder warum empfiehlst du ab der 10. Schwangerschaftswoche? Das ist auch eine Frage, die kommt immer wieder. Schön, dass du sie aufstehst. Das muss kommen, früher oder später. Ich bin jetzt 57. Ich war 25 Jahre Spitzensportcoach. Europaweit ganz bekannte Menschen durfte ich da zu Höchstleistungen bringen, körperlich, mental, emotional und energetisch. Immer auf allen vier Ebenen. Auch darüber werden wir noch sprechen. Die Ganzheitlichkeit. Die Ganzheitlichkeit muss da sein. Es nützt dir nichts. Alleine nur eine Atemtechnik oder die gute Ernährung oder eine Hypnose-Strategie. Es muss ganzheitlich da sein. Und schaue, ich vergleiche es dann so. Ganz einfach. Du fragst mich jetzt, wann ist der beste Zeitpunkt zu beginnen? Stell dir mal vor, du bist eine Spitzensportlerin und du hast 40 Wochen Zeit. Und dann weisst du, die Olympiade steht an und du willst dort die besten Ergebnisse erzielen. 40 Wochen symbolisch für die Schwangerschaft steht. Dann würdest du doch einen Fehler begehen, wenn du erst in der 28. Woche beginnst zu üben. Gegenüber derjenigen Athletin, die findet, ich steige von Anfang an ein, weil ich möchte die besten Ergebnisse. Also je früher, desto besser. Und das ist die Antwort darauf. Und in unserer Kultur, und das ist so falsch integriert in den Köpfen, sagt man ungefähr 28. Woche. Genau. Und dann dürfte man sich auch ein bisschen noch damit beschäftigen, dass die Geburt dann kommt. Ja, so ist es. So ist es leider. Und dafür stehe ich nicht mehr ein. Ich möchte das zeitgemäss so ins Bewusstsein der Menschen bringen, die Eltern werden. Wenn du weisst, dein Kind ist in deinem Körper, du hast einen positiven Bescheid, ich bin schwanger, dann beginnt die Reise. Wie bei dieser Sportlerin, dann weisst du, ich gehe schon auf den Weg. Ich beginne mich da einzustellen darauf, zu trainieren, zu üben. Macht Sinn, oder? Macht definitiv Sinn, ja. Und das gibt dann auch die besten Ergebnisse, weisst du? Weil was wir eintrainieren, was wir immer wieder üben, und das mit grosser Freude, das bringt Sicherheit. Das bringt das Gefühl, ich packe das dann an der Olympiade. Ich bin hervorragend vorbereitet. Ich freue mich auf die Geburt. Ich freue mich darauf. Wann kommt es endlich? Ja, das ist ein ganz anderes Gefühl. Dieses Gefühl bringt die besten Geburten anstelle, oh, die Geburt kommt auch noch. Und dann beginnst du so 28. Woche, und man weiss, wissenschaftlich erforscht, ab 36. Woche, das ist wissenschaftlich erforscht, kommt jede Schwange nochmal in dieses Gefühl, schaffe ich das, kommt das gut. Und wenn du dich nicht vorher umfassend, ganzheitlich vorbereitet hast, dann ist es dann Zeit, dass du das noch tust. Weil sonst gehst du mit so einem mulmigen Gefühl da rein, mit so einer Unsicherheit, dass es einfach nicht gut kommen kann, weil du hast keine Werkzeuge. Also wenn ich jetzt aber in der 36. Woche wäre, könnte ich auch noch den Kurs als Schnellsprint machen? Unbedingt. Ja, okay. Ich habe ein Konzept entworfen, weil ich habe viele Menschen auch bei mir, die sind, man nennt das Business-Frauen, und die haben meistens noch einen Business-Mann und die haben dann meistens doppelt keine Zeit und wollen das noch schneller reindrücken. Das ist keine gute Idee, erstens mal etwas reinzudrücken, so etwas so elementar Wichtiges wie das Kind ist, weil das spürt das Kind unter deinem Herzen, was ist priorisiert. Aber ich habe ein Konzept entwickelt, das du innerhalb von sieben Tagen wirklich das integriert hast. Oh wow. Die ganzen Strategien, weil das baut auf ganz logisch, vernunftbezogenen und wissenschaftlich fundierten Strategien auf, das Konzept, auf sechs Gebärkräften, da kommen wir später noch darauf zu sprechen, und die können wir in sieben Stunden eintrainieren. Und danach brauchst du das in zwei Minuten Übungen im Alltag, noch sieben Tage oder drei Tage würden auch schon genügend zu integrieren, dann kannst du ins Geburtszimmer und das kommt gut. Das ist gut zu wissen, ja. Und trotzdem, Empfehlung macht es wie die Sandra, wenn ihr schon früh daran seid, und ihr seid im ersten Trimester oder startet so früh wie möglich. Super. Ganz toll. Hast du noch eine Frage? Das waren alle. Danke dir. Sehr schön. Dann freue ich mich auf die nächste elfte Woche. Und alle, die da waren, bitte kommt mit auf unsere Reise. Es gibt so viel mehr, als man bisher ahnt, was man Gutes tun kann. Sei es als angehender Papa oder du als werdende Mama. Ich freue mich, dich wieder dabei zu haben. Dir alles Gute, Sandra. Euch allen da draußen auch. Bis bald. Tschüss.